In diesem Teil meines Crashkurses möchte ich dir zeigen, wie du Teams archivieren kannst. Im Laufe eines Schuljahres sammeln sich verschiedenste Teams an. Besonders, wenn du meinem Ansatz folgst, also pro Jahr, pro Klasse und pro Fach ein eigenes Team, so hast du sicher eine Vielzahl an Teams in deiner Übersicht. Daher möchte ich dir nun zeigen, wie du nicht mehr benötigte Teams archivieren kannst. Du siehst hier die Übersicht über die Teams. Im oberen Bereich gibt es dann das Zahnrad-Symbol. Klickst du darauf, kannst du nun die Teams verwalten. Du siehst hier nun die Auswahl zwischen aktiven Teams und bereits archivierten Teams. In meinem Fall sind hier nun vier Teams aktiv. Ich möchte nun das Team der Edu-Sprechstunde archivieren. Dazu klicke ich auf das Drei-Punkte-Menü und wähle dann in diesem Feld Team archivieren. Ich bestätige dann in diesem Dialog noch, dass alle Teams-Aktivitäten eingefroren werden und könnte hier mit dieser Checkbox auch noch festlegen, dass die SharePoint-Webseite für die Teammitglieder ab sofort schreibgeschützt ist. Ich archiviere nun dieses Team und schon ist nun dieses Edu-Sprechstunden-Team nicht mehr ein aktives Team, sondern erscheint nun bei den archivierten Teams. Möchtest du ein archiviertes Team wieder reaktivieren, wählst du es über das Drei-Punkte-Menü aus, klickst auf Team wiederherstellen. Du siehst also, das Team ist nun wieder aktiv und nach einer gewissen Zeit sollte es nun auch wieder in deiner Teams-Übersicht erscheinen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kurzen Video helfen, Ordnung in deine Vielzahl an Teams zu bringen. Drei-Punkte-Menü